Vielleicht ist der Boss doch aufnehmen würdig. Ich habe aber noch gemeint, dass er nicht wirklich aufnehmen würdig ist, weil er so leicht ist, aber jetzt bin ich schon vier, fünfmal gestorben, weil er einfach nervig ist. Kommt schon gar nicht hin zu ihm. Bis man hinkommt, kann man zwei Treffer setzen und wieder ausweichen. Wow, kriegt einen in die Fresse dafür. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Peng. Wow. Machen wir schon zu wieviel Schaden die schlägt? So ein kleiner Schurzschlag. Ah nein. Wow, das war super lucky, dass er mich jetzt nicht zerstampft hat. Er war jetzt einfach zu gierig. Noch ein Schlag, oder? Nee. Auf einen Schlag wieder. Ja, 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 ja. Ist doch so ein nerviger Boss, der macht keinen Spaß, der Boss echt. Ehm. Super nerviger Boss. Mann, 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 Mann. Echt. Den könnte vielleicht Feuer besser sein, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Feuer oder Blitz ist gegen den auf jeden Fall gut. Schnell die Seelen holen ohne zu sterben. Ich hab die ganzen Seelen verloren anscheinend. Na gut, dann ist der Druck mal weg, die Seelen wieder zu bekommen. Wow, ich hab überlebt. Hm? 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 Kann man einfach so schlecht treffen, den Boss. Das ist so nervig. Das ist so eine super Hitbox, also vorteilhaft für ihn. Oh, das sind Laser. Ich muss hier aufpassen. Das sind Lasers. Oh, Spam. Oh. Das ist halt genau an der Säule dran. Wow, jetzt hat er mir reich heute glaube ich. Wow, ganz knapp überlebt. Ich versuche irgendwie hinter ihn zu kommen, aber das ist gar nicht so leicht. auf. Oh. 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 Nein, ich stecke hier fest. Ich werde bloß zwei Schläge machen, sonst ärgert mich wieder. Nicht verrückt. Ich habe den Kranens gezoffen. Was? Oh Gott, tatsächlich. Ich dachte, ich bin gestorben. Schnell hinter die Säule und heilen. Spam da natürlich den ganzen Sein Scheiß hier. Ich habe zwei, drei Schläge, dann ist er tot. Gut. Ah, Gott sei Dank. Blattstone-Junk, cool. Aber nur einen. Oder habe ich noch einen Krieg davor? Muss ich mal schauen. Eine 4, 5 bräuchte ich für die Plus-8-Waffe. Für die Plus-8-Aft. Für die Plus-8-Axt. Weil ich einen Sorg-Liefer habe ich natürlich schon auf Plus-10. Aber eigentlich ist es mein Hauptzweck, jetzt gerade die Chalice Dungeons zu machen. Und ich habe versucht, Blattstone-Junkes im Main-Game zu formen. Also im New Game Plus mit Level 4. Und das ist schon so schwer, weil ich bei jedem Boss irgendwie ein, zwei Stunden brauche und oft sterbe. Und es geht wesentlich langsamer, als ich mir das erwartet habe. Jetzt gehe ich erstmal hoch und vergib die Seelen aus, die ich gefunden habe. Damit ich nicht wieder alles verliere. Warum ist denn ein Nachbar so laut? Was kann man sich mal kaufen und soll eigentlich? Kaufen wir einfach Blattweiß. Ok. Wo müssen wir hin? Der nächste Pass wird auf jeden Fall ein wenig schwieriger, weil das ja die Ibrithas ist. Ich glaube die kann ich fast nicht besiegen mit dem Charakter, mit den Blutstellen die ich habe. Aber die Boltstelle die ich habe sind ja nicht schlecht und ich glaube Bolt ist bei der ganz gut. Auch mal schauen, einfach mal schauen, dann sieht man ja wie es ist Okay, da gab es erstmal einen optionalen Bereich hier Schauen wir erstmal in den rein, ich glaube da gibt es auch noch Ritualblut 5 Das war nicht das beste, aber hier war der ultrabehinderte Raum, glaube ich Mit den 4 Aliens und den 3 Wolfen Und die Aliens schießen alle mit dem Laser, wie Wahnsinnige Man, hier ist ein Hunter irgendwo, ja hier ist ein Hunter Den vernichte ich jetzt einfach mal, weil ich glaube der kann auch ganz gute Blutsteinbrocken droppen Äh, Blutsteine droppen Ah, das ist so einer, fuck, der macht ultraverschaden Wow, oh die fucking Waffe da Wow, die scheiß Waffe hier echt die Lefte Oh nein Böse, aus, offen Nein, du tötest mich jetzt nicht mit der scheiß Waffe hier Nein, jetzt hat er mich mit der scheiß Waffe getötet Die ist so, die macht so viel Schaden, die Waffe Schieße Bist du Deutsch wahrscheinlich, nehme ich mal an Englisch, okay, du bist Englisch, ich kann auch Englisch sprechen So, ich muss jetzt auf Englisch sprechen So, ich muss jetzt auf Englisch sprechen So, ich muss jetzt auf Englisch sprechen Aber ich glaube, du kennst die Waffe Scheiße 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 On beaucoup Look at this weapon This is so stupid The weapon Hated You understand a little german, ok. I don't care I can speak english or german, which you prefer, I don't mind. Oh my god. Uh oh, that's bad. Yeah, and the fucking asshole weapon again. Stop it. Stop this weapon. I can do nothing versus this weapon.